Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur, ich glaube jetzt 17. Folge von Mario Kart 8. Wir entscheiden uns für das Sobe-Land, ja, weil Eis ist lecker, also Sobe in dem Fall. Ja, und diese Welt gefällt mir eigentlich ganz gut. Und, ha, nicht wie vorfälschigerweise gesagt, sondern jetzt gibt es das Mercedes-DLC, ja, sehr wohl. Und ich fahre deswegen jetzt mit einem schicken Mercedes umher. Ja, denn auch ich wollte schon immer mal einen Mercedes haben, aber ich kann es mir natürlich nie leisten. Aber jetzt ist es soweit, ich fahre mit ihm umher. Haha, Rosalina in den Benz, Mercedes, GLA. Ja, schicke Werbung, hä? Tja, keine Ahnung, ob sich das für Mercedes lohnt. Mein Wer von denen kauft sich bitte, ich bin der Einzige, der diesen Mercedes hat. So, jetzt haben wir eigentlich bestimmt alle fertig, weil das ist voll überpowert der Wagen. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es mal austesten. Wieso nicht? Vielleicht ist der Wagen ja ganz gut und brauchbar. Sieht jedenfalls sehr seltsam aus, Rosalina in seinem Gefährt zu sehen, oder? Äh, ja, also ich finde das schon, passt der so gar nicht eigentlich. Ja, aber bei Mario Kart passt das eben, ich gehe das eben mal, hä? Man kann den Charakteren hier ja sowas geben. Zack, im Moment bin ich Zweiter, so. So schlecht, so. Kann er gar nicht sein. Trotzdem ist es so schlecht fahrt, dass ich Zweiter war. Und da hat er mich erwischt, dieser Humbug. 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 Ach, egal, was das auch immer war. Ja, jedenfalls glaube ich kaum, dass jetzt das Mario Kart Klientel jeder ein Mercedes kaufen wird. Das wird zwar lustig, aber... Oh, lass mich in Ruhe nicht, dass er mir hier meinen Pilz klaut. Denn irgendwie, glaube ich, geht das sogar. Das habe ich schon mal geschafft, aus Versehen. Aber, ja, ja. So. Ja, mit meinem über... Schicken Mercedes hier und überpowered. Ja, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall werde ich hier ordentlich gewinnen mit dem siebten Platz. Fünfter sind wir hin. Ja, ja, und der Stern war natürlich perfekt hier, voll geeignet. So, und jetzt können wir noch einen Pilz nehmen. Und schon bin ich wieder dritter Platz. Und das, obwohl ich mal kein Bike habe. Auch geil. Los. Oah. Miss Kermit, der einen fucking Boomerang hatte. Irgendjemand hat es in der Luft zerrissen. Naja, soll mir recht sein. Der Typ leidet da, ne? Denn in der Luft ist es sehr schmerzhaft, den Niedergang zu erleben. Hehehe. Jo, ich warte ein bisschen ab. Obwohl, wir werden hier in einem gewissen Zeitrahmen die Dinger entgegenschmeißen den Leuten. Und der Aufnung, dass ich jetzt, ne, nix bekomme, was mir das bringen wird. Das ist, glaub ich, die letzte Runde. Ja, schade. Naja. Zack. Ein Ziel. Haha. Dritter Platz. Mit dem Mercedes G... Irgendwas. L. GLA. Ja. Haha. Ja, Mann. Wie dämlich der hier aussieht, oder? Hahaha. Na, sieht schon komisch aus, ja. Muss ich zugeben. Obwohl, so schlecht sieht das gar nicht aus. Also, fahr ich mal mit so einem Werbewagen für Mercedes umher. Aber nur diese Folge. Außer er gefällt mir und ich werde ihn dauerhaft nehmen. Warum nicht dann, ne? Das war B-Land schon wieder zur Auswahl. Aber Tic-Tac-Trauma gefällt mir ein Ticken mehr. Ha. Wie lustig ein Ticken. Tic-Tac, ihr versteht. Tic-Tac, äh, Ticken. Oh, wir haben alle einen Tick, oder? Ja, aber richtigen Tick in der Klappe. Äh, äh, egal. Lass das sein. Los. Der eine hat einen coolen Bart. Der rechts sehen wir, der da hin und her wackelt. Haha, ja. Los. Wer hat sich noch nicht entschieden? Ich? Nein. Aber jemand hat auch einen Tic-Tac-Trauma. Also, sechs Leute wurden Tic-Tac-Trauma. Oh, und fünf nicht? Also, da muss es ja wohl Tic-Tac-Trauma werden. Nein, 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 nein. Warum? Meine Schrecke wird so gut wie nie ausgewählt, wenn sie nicht in der Überzahl ist. Und jetzt hat jemand anderes es einfach so bekommen. Traurig. Paddy aus Deutschland mit 3.015 Punkten. Das ist ja nicht mal eine ordentliche Zahl. Ja, ich hätte gerne meinen Account-Namen hier in Master-O-Vum geändert. Das geht leider bei der Video im Moment nicht mehr. Ja, heißt, wir müssen ein paar Jahre damit auskommen. Bis wir den dann auf einer neuen Konsole umändern können. Aha, und dann heiße ich Master-O-Vum. Dort. Denn Master-O-Vum ist ein saukoller Name. Der mir irgendwann eingefallen ist. Ja, bei Pokémon-Spielen. Da dachte ich, da wollte jemand einen Namen wissen. Und ich dachte mir, wieso nicht eigentlich Master-O-Vum. Wegen Pummel-Luft. Wisst ihr, weil ich mich ja sonst gar Pummel-Luft nenne. Also, kann man auch hier... Oh, warum bleib ich da eigentlich immer stecken? Glaube ich ja gar nicht. Hat der die Eigenart immer stecken zu bleiben. Und... Ja, nebenbei ist die Strecke gar nicht so schlecht. Ich gefällt die mir auch. Nicht so gut wie die, die ich ausgewählt habe. Aber die ist akzeptabel. Deswegen können wir es ja machen hier. So. Ja, wir fahren hier entlang und... Naja. So. Nein. Wer hat diesen Blitz gemacht? Das war ein ganz furchtbarer, shitty Blitz. Der hat mich jetzt hier extrem viel gekostet. Naja. Der fünfte Platz. Immerhin. Obwohl, ich war gerade dabei, diese geile Abkürzung zu nehmen. Oh, ja. Die Bombe. Wer ist da wohl reingefallen, hä? Zum Glück ich nicht. Obwohl man mich hier aufgehalten hat. Ja, und zack. Okay, wie machen es die anderen? Die... So ungefähr vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, da hat sich jemand mein geiles Item geschnappt. Ja, macht ruhig weiter. Ich hab nichts dagegen, solange es mir hilft. Oh, irgendwo ist... Dann, wie es aussieht. Oh, die fahren immer da, wo ich meine Items will. Und wer? Item... Glück brauche ich doch. So. Wir fahren hier eine enge Kurve. Wollte ich machen, aber... Irgendwie hat es jeder auf mich abgesehen. Der wischt aber nicht noch mehr hier, oder? Kein dumm Feuerbällen. Ich bin achter Platz. Ja, das Glück war mir nicht heute, aber ich hab mal ein Item bekommen. Und was ist es diesmal? Ein Freierpilz. Voll selten ist der. Hahaha. Ja, komm, wir nehmen hier unsere... Diese Kacke. Und dann versuchen wir hier... Ja, natürlich. Wir werden wieder... Und ich hier... Ja, einen Pils nehmen. Also, ich weiß nicht, wieso, aber... Ich fahre hier gerade mies. Ich bleib da immer stecken. Immer. Grundsätzlich. Ja. Ich sag's ein... Shit, Mann. Und ich krieg als neunter sogar nur einen fucking Pilz. Was soll das denn? Was hilft mir ein scheiß Pilz hier? Schau, der hat was Gutes. Ein Stern, der hilft ihm, aber... Ja. Mist, Kerl. Und das hilft er gar nicht. Elfter Platz, Alter. Elfter. Das bin ich ja noch nie geworden. Schon ewig nicht mehr, zumindest. Elfter Platz. Da hab ich noch richtig hart kassiert. Mario, typisch. Und das ist dann... Na, das war ja krank, Mann. In der zweiten Runde. Wir haben nochmal die Wahl auf TikTok-Trauma. Lassen wir mal sagen, das war nicht fair. Ich bin jetzt Fuchs, Teufel, Fuchsig. Ha, ha, ha. Ich hasse euch alle. Ihr Mistkerle. So. Das wollte ich mal gesagt haben. Damit ihr es wisst, ja. Und ich weiß, ich sage so voll oft. Ich weiß nicht wieso, aber ich sage immer so. So, 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 so. Das ist eine uneigene Art von mir. Eine Unart, meine ich damit, ja. Ja, aber... Kann ich nicht ändern. Ich werde versuchen, darauf mehr zu achten. Falls es euch stören sollte. Ich wurde meine Strecke ausgewählt. Das ist ja fantastisch. Damit werden wir voll abgrasen, abgrasen, ja. Mit unserem Mercedes. Wir haben drei, ich glaube, es gibt drei verschiedene Mercedes-Dinger. Und da wir nur noch drei, da ich noch drei Folgen aufnehme, können wir das eigentlich mal mit jeder als einem der Wagen machen, oder? So, ein Grundabschluss für die erste Season. Dann gibt es ein anderes Online-Game erstmals. Ich weiß nicht, wie viele ich noch mache. Das wird, ich habe es, glaube ich, schon mal angekündigt. Sag ich Ihnen nochmal. Irgendwann einen Stopp davon geben. Denn irgendwann habe ich, glaube ich, genug verschiedene Online-Games. Und dann lasse ich euch entscheiden, wer es davon eine zweite Season bekommen wird. Ja, ich weiß nicht, wie viele dann zur Auswahl stehen werden, aber ein paar bestimmt, ja. Ich denke, Mario Kart wird auf jeden Fall weitergezockt. Das steht dann von mir aus so einfach schon mal fest. Da übergehe ich euch einfach. Aber anderem Zeugs, ja, das werden wir noch sehen. So, oh, der Typ ist aber in die Schlucht gefallen. Habe ich das richtig gesehen? Nee, ist er wohl nicht. Aber mein Rot hat ihn auch nicht hier erwischt, oder? War wohl leckgedingt irgendwie. In der Fall zeigt er leck ganz komische Wirkungen hier in diesem Spiel. Ja, zum Beispiel, wow, hat mich jemand nicht erwischt. So, ja, ein neues Item ist immer gut. So, zack, jetzt versuchen wir nochmal hier diesen Typen eins auszuwischen. Aber es hat irgendwie nicht, ja doch, hat funktioniert. Er hat auf jeden Fall, und irgendwer hat ihn noch weiter erwischt. Finde ich okay. Kann ich, was, kann ich gutheißen, in dem Fall. Weil ich dadurch natürlich hier aufgespiegelt bin. Und, ja, das kommt auch von, wenn mir hier zu nahe kommen will mit deinen Dreierdingern. Ja, das ist okay. Weil ich hier ja dann direkt mal, ja, ein neues Item bekommen habe. Ich meine, ich direkt an der Spur da war. Oh, war ich da wirklich schon hier? Na, egal. Ich habe da eben niemals geholfen, mich zu überbieten. Ja. So, und? Nee. Aber wir haben ein Item. Ja, das wird mir ja voll helfen gegen ihn. Ich fürchte nicht. Ja, das können wir sowas von vergessen. Zweiter Platz immerhin. Ja, dieser Thomas hat mich da, dem konnte ich leider mit meinen Münzen, die ich am Ende bekommen habe, nichts entgegenwirken. Aber ich habe zum Glück auch nichts bekommen, was mich da irgendwie, naja, in die Schranken weist. Zum Glück. Wo ist denn eigentlich Paddy? Den hatten wir doch hier, oder nicht? Der ist schon bei doch ganz unten gewesen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Was zum Teufel? Na, egal. Lassen wir das. Wir sind jetzt in der letzten Runde angekommen für diese Folge. Und da wäre doch die Regenboule war ein krönender Abschluss, würde ich sagen. Ja. Der wäre super geil, Lomartico. Und deswegen, schaut, viele sind meiner Meinung. Sechs immer noch. Also, vorhin waren es auch sechs, die meine Strecke gewählt haben, und dann wurdest du nicht gewählt. Aber diesmal, das war schon, das war ein Spaß. Hallo. Sieben! Sieben Leute sind auf dieser Strecke, wollen diese Strecke spielen. Das muss diesmal gewählt werden. Nein. Was für ein Unglück. Wie kann ich und die anderen sieben Leute, also sechs mit mir zusammen, überboten werden worden sein? Das ist hier dreckig, aber richtig hart dreckig. Da, ja. Ach, egal. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Ich wollte euch, ja, der wird sogar eine schöne Szene gezeigt hier, dieser GLA. Also, mit dem Wagen kommt man auf jeden Fall gut zurecht. Werden wir vielleicht mal irgendwann die Wertung da anschauen. Also, nicht die Wertung, sondern, naja, diese Balkendinger. Und schauen, ob ich mir daraus irgendwelche wichtigen Informationen ableiten kann. Ja, war so klar, aber ich habe trotzdem ein Item bekommen. So, kann ich noch jemanden damit erwischen? Ja. So, natürlich habe ich jemanden erwischt. So soll es sein. Das war toll. Ich glaube, der Typ hat keinen Schutz-Item bekommen. Oder doch? Scheinbar ja schon. Bin ich weit genug weg? Ja, natürlich. Da kriege ich auch ein Item. Und es ist ein Pilz. Ja, okay. Den muss ich dann auch einsetzen, weil ich... Wow! Von wie es bin. Ja, Paddy. Da hast du dir mal ordentlich einen Vorteil aus meinem Scheiß geholt. Ja, ja, ja. Das Landzeug bringt mir gerade nicht viel. Oh, oh. Na, will die auch nicht unbedingt kommen. Nein! Miss Kerl. Miss Kerle. Wäre auch immer diesen verdammten... Da, ich werde eingeholt. Ich werde los von eingeholt. Oh, die Münzen sind einfach verschwunden. Oh, nein. Ahaha. Die haben nicht... Der hat auch nicht Zählister, oder nicht? Nee. Sieht doch fast so aus. So. Ja, Mann. Haha. Ein Dreierpilz ist immer schön. Jetzt kann man so schöne Sachen machen. So. Aber... Den letzten Kümelklub aufbewahren für ein... Eine kleine, mehr oder weniger Abkürzung. Könnte man sagen. Oder auch nicht mehr. Ja. Dann nehme ich hier, nehme ich einfach... Den Dreier. Und... Und wer der damit... Vielleicht... Ja... Erster? Zweiter! What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Na egal. Immerhin Zweiter. Das war aber Millisekunden bestimmt. Das war sowas von knapp am Ende. Ja, das glaube ich hier. Richtig hardcore glaube ich das. Plus 18. Haha. Punkte. Ja, Mann. Thomas ist wieder... Und, und. Der andere ist Sechster. Naja. Das geht ja noch. Obwohl er so viele Punkte hat. Aber da entscheidet auch ab und zu mal ja das Glück und Unglück. So Leute. Ich bedanke mich für's Zuckern. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich unterliege ja immer ein bisschen Bass. Wie ihr vielleicht merkt. Zeigt mir doch wie es euch gefällt in den Kommentaren. Und wenn euch die Folge gefallen hat. Wie wir aus dem Daumen nach oben. Ja. Ansonsten würde ich jetzt sagen. Ciao. Immer schön aufs Graspeter treten. Und bis zur nächsten Folge. Allevederci oder so ähnlich. Ciao.